Musik Heute Tipps zum Finden neuer Musik Herzlich Willkommen Ich wurde schon mal von jemandem gefragt, wie ich denn die ganze Zeit auf neue Musik, meines Musikgeschmacks treffe, also wie ich neue suche. Und zwar kam er darauf über meine Musiktipps auf meinem Blog, da veröffentliche ich ab und zu ein paar Musiktipps, Creative Commons Titel, sowie natürlich auch normale Titel, die man erwerben kann. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal einen Screencast darüber, wie ich neue Musik nach meinem Geschmack finde. Einmal gibt es da die Variante hier. Ich bin gerade nicht im deutschen Store, sondern im amerikanischen, in dem US-Store. Und den könnt ihr einfach wechseln. Ihr habt hier rechts unten immer eine Flagge und da könnt ihr dann immer auf die verschiedenen Länder klicken und die auswählen. Und das hat den Grund bei mir, dass natürlich die Charts in den anderen Ländern komplett unterschiedlich sind. Und ich gucke halt ziemlich oft in die US-Charts. Und da könnt ihr dann auch einfach von dem deutschen Store aus wechseln. Jedenfalls kann man ja verschiedene Charts zu den Musikrichtungen auswählen, wenn ihr einfach auf Musik geht. Und dann auf euren Musikgeschmack. Dann werden euch ganz viele Tipps und auch die Charts zu diesem Musikgeschmack angezeigt. Und so könnt ihr auch neue Musik, vor allem die auch in den anderen Ländern bekannt ist, herausfinden. In den US-Charts ist es auch ziemlich interessant. Da kommen halt viele Titel, die dann auch später mal in Deutschland bekannt werden. Heraus zum Beispiel Hey Souls. Da habe ich mal unter den Top 100 der US-Charts gefunden, bevor das hier in Deutschland bekannt wurde und so. Das ist ganz lustig. Also einmal kann man da ziemlich gut neue Musik finden. Außerdem gibt es in iTunes ja die Funktion hier, wenn ihr auf einen Titel klickt, dass ihr einmal die Genius-Funktion habt, normalerweise. Und ihr habt diese Seitenleiste, die ihr mit diesem Button hier erscheinen lassen könnt. Und dort arbeitet Genius dann ein bisschen. Und dann werden euch erstmal Titel, die unter anderem von diesem Artisten hier gemacht wurden, angezeigt. Und Titel, die diesem Titel sehr ähnlich sind. Also das Ganze wird nicht nach dem Musikstil verglichen, sondern von Titeln, die Leute gekauft haben, die auch diesen Titel gekauft haben. Und so ist es halt echt immer nach dem Geschmack, den man dann hat. Und mich hat das echt ungehauen, wie tolle Titel man in dieser Seitenleiste dann finden kann. Und ja, das ist echt ein super Weg. Vor allem, wenn man ein super Lied gefunden hat und ähnliche finden will, ist das schon sehr beeindruckend. Und außerdem gucke ich sehr viele Serien. Und da kommen auch bei den guten Serien, würde ich mal sagen, also ich achte sehr auf die Musik, kommt da halt auch ziemlich viel gute Musik vor. Und die will man natürlich auch immer herausfinden. Es gibt ja nicht zu Serien, also nicht zu allen Serien halt CDs, wo dann von jeder Folge das Lied drauf ist. Also gehe ich jetzt mal hier in Google und gebe einfach zum Beispiel Scrubs Songs ein. Und da gibt es echt Seiten, wo dann halt alle Songs verlinkt sind. Das machen die Firmen dann auch normalerweise selber. Dann klickt ihr also auf eine Staffel. Und euch werden hier also die Episoden angezeigt. Siebte Staffel heißt das, Folge 1. Und ihr seht hier, in welcher Szene das ist. Das wird dann beschrieben und der Song, der da ist. Und da habe ich eigentlich auch jedes Lied dann gefunden, was zu erwähnen wert oder auch wie immer ist. Ja, das waren meine Tipps, wie ihr gut Musik findet. Ich hoffe, ihr seid auch so ein bisschen Musikverrückt wie ich und euch hat das interessiert. Bis zum nächsten Mal.